So springen die Top 1 der Frauen auf dich an. Du fragst dich, welche Eigenschaften du dazu lernen musst, damit die Top 1 der Frauen auf dich stehen, mit dir reden wollen, gerne Zeit mit dir verbringen, auf Dates gehen. In diesem Video lernst du, auf welche Faktoren es ankommt. Um natürlich hier vorwegzunehmen, es geht nicht nur darum zu sagen, diese Frau sieht gut aus, diese Frau entspricht meinem Geschmack, deswegen ist es meine Top 1, sondern es geht natürlich auch um Werte, um das, was du im Leben suchst. Wenn du zum Beispiel nur Partyfrauen suchst, nur Spaß haben willst, nur locker sein möchtest, dann werden das entsprechend deines Geschmacks die Top 1 der Frauen sein. Wenn du eher intellektuell veranlagt, studiert bist und sagst, du möchtest dich mit einer Frau auf dieser Ebene treffen, emotional, aber auch natürlich intellektuell, über solche Themen sprechen, dich austauschen, ob das jetzt Kunst, Geschichte, Literatur, natürlich auch Physik, Chemie, was auch immer. Wenn es das ist, was du suchst, dann sind das die 1% der Frauen, für die du dich interessierst. Das heißt, wir sprechen hier nicht über ein Klischee von die sieht geil aus, die will ich, sondern jeder hat so ein bisschen seinen anderen Geschmack, was er bei Frauen sucht. Und trotzdem sind es runtergebrochen, habe ich die letzten 13 Jahre immer wieder beobachtet, dieselben Eigenschaften, dieselben Verhaltensweisen bei Männern, die dafür sorgen, dass eben genau die Frauen auf dich anspringen, die du gerne möchtest. Es sind mitunter vier Eigenschaften, über die ich in diesem Video sprechen möchte und die bedingen sich auch gegenseitig. Das heißt, es ist wichtig, dass du lernst, diese vier Eigenschaften zu kombinieren, damit das Ganze mit den Top 1 der Frauen funktioniert. Wir starten mit dem ersten wichtigsten Punkt. Und das ist das liebe Selbstbewusstsein. Ein selbstbewusster Mann hat das entsprechende Auftreten einer Frau gegenüber, damit er ihr bei diesem Gespräch, bei dieser Begegnung suggeriert, du machst mir keine Angst. Und genau das ist es, warum wir Selbstbewusstsein bei den Top 1% der Frauen brauchen. Denn diese Frauen sind unfassbar angepasst. Sie haben schon sehr viel erreicht. Sie sind in der Ebene erfolgreich, wo wir uns angesprochen fühlen. Ich habe ja gesagt, Sport, Literatur, Party, was auch immer, deinem Geschmack entspricht. Aber Fakt ist, dass diese 1% der Frauen, dass die so angepasst sind, schon so weit in ihrer eigenen Entwicklung sind, die suchen keinen Schüler als Mann an ihrer Seite, sondern wenn überhaupt jemanden auf Augenhöhe oder jemanden, wo sie sagen, der zieht mich noch mehr, der fördert mich noch mehr, der hat für mich eine gewisse Bereicherung. Weil wir sprechen hier nicht von der 0815-Frau, die die ganze Zeit nur auf der Couch sitzt und Trash-TV schaut und über ihr Leben nörgelt und über Krankheiten redet. Wir reden hier über 1% der Frauen, die Massen begeistern. Und die wollen Begegnung auf Augenhöhe. Und deswegen ist Selbstbewusstsein ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das brauchst du, um bei 1% dieser Frauen, die dich begeistern, zu landen. Aber das reicht nicht. Denn sonst wären ja alle selbstbewussten Männer vergeben. Diese Frauen wissen ganz genau, dass sie etwas Besonderes sind. Warum? Weil sie leider Gottes schon gefühlt ab ihrer Geburt das gesagt bekommen. Von Eltern, von Lehrern, von Freunden, von allen Männern, die sie so begegnet sind in ihrem Leben, haben immer diese Menschen zu ihr gesagt, du bist so toll, du bist so besonders, du bist so interessant. Das heißt, ihr ist das durchaus bewusst. Deswegen ist jetzt dieser zweite Punkt ganz, ganz wichtig. Du musst frech sein. Denn Männer, die bei diesen Frauen landen wollen, haben Angst, frech zu sein, weil sie wollen es sich ja bei ihr nicht verscherzen. Aber deswegen verscherzen sie es sich bei ihr. Denn wenn du nicht frech bist, dann stellst du sie auf ein Podest, weil du Angst hast, dass sie über dich richtet. Und in dem Moment, wo du anfängst, diesen Frauen zu zeigen, dass du sie gar nicht so besonders findest, dass du dich traust, frech bei ihr zu sein, dass du dich traust, sie so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, wird sie merken, dass sie sich bei dir auch ein bisschen anstrengen muss, weil du sie nicht einfach als etwas Besonderes siehst, wie so eine heiße Ware, die hier irgendwie hoch gehandelt wird, sondern sie merkt, dass du deinen eigenen Wert auch erkannt hast und dass es dir überhaupt nichts ausmacht, vielleicht bei ihr anzuecken. Und genau das ist das Interessante, was wir immer wieder im Coaching auch beobachten. Wenn du dich als Mann traust, anzuecken, wenn du dich als Mann traust, Kante zu zeigen, Format zu haben, frech zu sein, dann punktest du bei diesen Frauen, weil sie es sonst nur gewohnt ist, dass ein Mann ihr zustimmt, ihr hinterherläuft, sie permanent lobt, ihr permanent Komplimente gibt, das kennt sie, das kennt sie ihr ganzes Leben und deswegen fühlt sie sich davon nicht angesprochen, weil sie auf dieses Podest gesetzt wird und weiß, du schaust sonst zu ihr hoch. Die anderen Männer, die sie so behandeln, waren bedürftig, waren nie die, haben zu ihr hochgeschaut. Sei frech, trau dich ruhig und freu dich darüber, wie das Ganze fruchtet, gerade bei den Frauen, die es nicht gewohnt sind, dass auch mal jemand sich traut, ihr zu widersprechen oder frech zu sein. Jetzt bist du vielleicht schon einige Zeit Single und hast deswegen gar nicht so viel Erfahrung, egal mit welcher Art von Frauen und fragst dich, warum du Single bist. Deswegen möchte ich dir jetzt sagen, mache meinen kostenlosen Single-Test. Link dazu findest du unten in der Infobox. Dieser Single-Test wird dir Aufschluss darüber geben, warum du Single bist und was du natürlich ab sofort dagegen tun kannst. Punkt Nummer 3, um bei den Top 1% der Frauen zu landen, ist Flirten. In dem Moment, wo wir sexuelle Anziehungskraft erzeugen, gewinnen wir. Denn die Frau versteht, es ist keine kurzweilige Begegnung, es ist keine Freundschaft, es ist keine Bekanntschaft wie jede andere auch, sondern du hast sexuelles Interesse an ihr und das zeigst du als Einstieg, ohne plump zu sein, mit leichten kleinen Flirts. Lassen wir diese Flirts weg, ist es lediglich ein Gespräch unter Erwachsenen, es ist lediglich eine Begegnung wie jede andere auch und sie hat keinerlei Anhaltspunkt zu erkennen, dass du auf sie stehst, dass du sie willst, dass du sie sexuell anziehend findest. Und es erinnert sie an 99,9% der Gespräche, die sie sonst mit Männern hat, weil sich kaum ein Mann traut, mit dieser Frau zu flirten. Denn sie ist es nicht gewohnt, dass ein Mann auch mal offensiver wird, dass ein Mann ihr zeigt, dass er sie als Frau begehrt. Sie ist es nicht gewohnt, immer nicht nur gelobt zu werden und dafür auf den Podest gestellt zu werden. Sie ist es nicht gewohnt, dass mal ein Mann kommt und sagt, hast du dich für mich heute so schick gemacht? Das alles kennt sie nicht, weil sich die wenigsten Männer trauen, genau bei diesem Top 1% der Frauen überhaupt mal aktiv zu werden. Warum? Weil die wenigsten Männer so selbstbewusst sind, zu glauben, dass genau die Top 1% der Frauen, auf die sie abfahren, sich auch gleichzeitig für sie interessieren. Das heißt, du bemisst der Frau immer mehr Wert als dir selber. Und das ist der fatale Fehler, der zu Curben und Friendzone führt. Denn wenn ich selber der Meinung bin, ich bin nicht so interessant, weniger interessant, langweilig, keine Bereicherung für sie, sondern will mich selber nur bei ihr bereichern. Ich will sie quasi melken mit all ihrem Wissen, Intelligenz, Schönheit, Sexappeal. Ich will mich an dieser Frau bereichern. Ich habe aber nichts zu geben, weil ich glaube, ich bin nicht interessant. Dann sammle ich Körbe. Und in dem Moment, wo ein Mann verstanden hat, dass du mit Flirten frech sein und natürlich diesem gesunden Selbstbewusstsein, dass man sagt, ich bin auch jemand, in dem Moment, wo er verstanden hat, dass ihn das zum Erfolg führt, hat er von heute auf morgen mehr Erfolg bei den Top 1% der Frauen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Und wenn du diesen Punkt missachtest, dann werden dir die ersten drei Punkte auch nichts bringen, denn es ist eine Kombination aus diesen vier Punkten, diesen vier Bereichen. Diese brauchst du. Der vierte Punkt ist Unbeschwertheit. In dem Moment, wo ich unbeschwert bin, nämlich mich, mein Verhalten und auch die Reaktion der Frau nicht so ernst. Das heißt, es ermöglicht mir, cool zu bleiben, gerade in den Situationen, wo ich vielleicht nicht so cool bleiben würde. Zum Beispiel, wenn sie den Flirt nicht sofort erwidert. Würdest du normalerweise dich zurückziehen, in dein Schneckenhaus zurückkriechen, glauben, du bist gescheitert, glauben, du hast was falsch gemacht. Selbstzweifel führen dazu, dass diese Top 1% der Frauen weiterhin unerreichbar bleiben. In dem Moment, wo ich aber unbeschwert bin und sage, hey, es ist vollkommen entspannt. Zum Beispiel, weil dein Kussversuch nicht erwidert wird. Und du schaust sie frech an und sagst, guck mal hier, da hinten siehst du diese Straßenlaternen. Und sie sagt, ja, ich sehe die. Zum Beispiel bringst du sie gerade nach Hause. Und sagst, okay, da hinten bei der sechsten Straßenlaterne versuche ich es nochmal. Und du kannst entscheiden, wie schnell oder wie langsam wir laufen. Also das heißt, in dem Moment, wo du zeigst, das war jetzt nur eins von vielen Beispielen, das muss nicht der Kussversuch sein, das kann auch die Frage nach einem Date sein. Aber wenn wir zeigen, wie unbeschwert wir in diesen Kontakt reingehen und wie unwichtig es uns ist, dass alles sitzt, dass alles perfekt passt, sondern dass wir mit ganz viel Gelassenheit unser Leben leben, punkten wir bei diesen Frauen. Denn deine Ruhe wird auf sie übergehen und sie wird sich unfassbar wohl in deiner Nähe fühlen. Wenn du diese vier Punkte kombinierst, dann wirst du Erfolg haben bei den Top 1% der Frauen und es wird noch besser, denn sie werden absichtlich in deiner Nähe sein wollen. Sie werden sich so wohl bei dir fühlen, dass sie sich auch bei dir melden. Aber es ist wichtig, dass diese vier Punkte wirklich in Kombination genutzt werden. Wenn du nur einen weglässt, wirst du merken, es funktioniert nicht. Wenn du nur einen dieser Punkte nicht richtig lernst, dann wird das Ganze nicht klappen. Du hast jetzt bestimmt schon den Single-Test gemacht oder geöffnet und wirst ihn jetzt nach diesem Video machen. Link findest du wie immer unten in der Infobox und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ihr Lieben.